Alles begann in einer kleinen Garage mit dem Verkauf von Drehmomentschlüsseln. Mittlerweile umfasst unser Angebot mehr als 10.000 Artikel, die vor allem im Bereich Kfz, Handwerk und Industrie Anwendung finden. Unsere Garage haben wir inzwischen verlassen, um mehr Stauraum zu schaffen. Dank modernster technischer Unterstützung sind wir für die nächsten Jahre bestens gerüstet. Ob unser Vakuum-Entladesystem, IT-gestützte Warenerfassung oder unser Kommissionierungsprozess im robotergestützten Autostore. Wir schonen die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Mensch und Maschine arbeiten hier im Einklang zusammen. Ein bewusster Umgang mit unserer Umwelt liegt uns dabei am Herzen. Was uns wichtig ist? Ein gutes Verhältnis, ob zu unseren Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern. Fair Play ist unser Motto. BGS Technik Qualität und Service seit mehr als 50 Jahren.